Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, auch mal einen Sound-Out-Stream zu machen. Ganz liebe Grüße an Kevin-Papa-Platte. Bei dem habe ich jetzt nämlich gesehen. Sehr lustiges Video. Mein Chat durfte pro 30 Cent eine Sekunde Video bei mir im Stream einspielen lassen. Heißt, für 1 Euro durfte man 3 Sekunden im Stream abspielen lassen. Das Ganze hat extrem überdurchschnittlich gut funktioniert und ich habe innerhalb von 2 Stunden 300 Videos eingesendet bekommen. Was am Ende dabei rumgekommen ist. Und wie ich mich entschieden habe, das Geld zu nutzen, seht ihr am Ende des Videos. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und let's go! Oh, ich sehe schon, das wird ganz schrecklich. Das wird ganz schrecklich, ich sehe es jetzt schon. Ich habe ein bisschen Angst. Aha. Ich habe auch gar nichts verstanden, Junge. Oh mein Gott. Das könnte ein Ronny-Berger-Clip sein, wirklich. Junge, wie viel Euro? Zehn! Zehn Euro dafür! Für nichts! Für nichts! Hey, you better have shockwaves to finish the job. Because if that guy had shockwaves after he railed me like that from behind... Oh nö, nicht die Waffel, die fällt. Ach komm, Jungs. 50 Euro! Nee, 30 Euro! Okay, dann bin ich gespannt jetzt. Das muss gut sein. Das Eisloch ist für mich ein Ort, an dem ich runterkommen kann. Und nur mit mir bin. Einfach eine Doku, Junge. Eine Doku über ein Wasserloch. In diesem Moment gibt es nichts als Kälte. Das Gefühl, mitten in der Natur und gleichzeitig Teil der Natur zu sein. Entspannt. Ich finde es schön, dass da für 30 Euro ausgegeben wurden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie schrecklich! Wieso tust du uns das allen an? Die asozialsten 1 Euro, die ausgegeben wurden hier bisher. Das ist dir wert? Das waren dir 3 Euro wert? Schön, 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 schön. Was ist du denn von der Marmelade, Gell? Äpfel Marmelade! Marmelade! Oh nein. Oh nein. Bevor es angefangen hat. Huh! Gerettet, Freunde, gerettet. Knappe Nummer. Junge, 30 Euro. 30 Euro. 30 Euro! Mit der Lama-Power kommen wir jetzt hier rüber. Und Abfahrt. Und weiter. Let's go! Disturb Lama. Wir sind übrigens in der ersten Safe Zone hier erstmal. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Hört auf mit den ekelhaften Videos, ihr seid so widerlich. Stoppt das. Mit Ruhe. Tiefenentspannung. Stressabbau. Und damit schaffe ich auch ganz entspannt den Jump hier. Das ist kein Problem. Denn zum Leben gehören nun einmal Rückschläge. Und wenn du einen Rückschlag in deinem Leben hast, dann mach doch an dem Punkt einfach weiter und starte wieder durch. Kein Problem. Das ist okay. Du heut Nacht mein Sklau sein. Gehörst du mir auch ganz allein. Oh bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Dann würde ich nicht an dir vergehen. Ich bin von dir elektrisiert. Aber können wir keine Videos filmen. Also können wir das nicht mehr machen, weil das Video ist wirklich nicht lustig. Es ist ja kein Joke. Das finde ich besser als die schlechten Videos von mir, Chad. Ich steh auf Schwänze hier. Auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Aber auch bei Brüsten. Wie sollte jeder streamen so tiefe, schlimme Zeiten. Das ist tatsächlich meine Lieblingsmusik zum Zocken. Ich finde, das entspannt mich auch einfach während Jumpking. Ja, da geht es mir gut bei. Oh mein Gott, danke schön. Das ist ein gutes Video. Relaxing Fireplace. Leute, die relaxen Videos einschicken, die geht es gerade nicht so gut und die bringen dir so ein Glas Wasser. Und du denkst dir so, oh, du bist ein Engel. Die halten dir die Tür auf, wenn du gerade beim Bus angerannt kommst. Die halten dir die Tür noch auf, damit der Bus noch nicht losfährt. Kannst du das wiederholen? Ich konnte nichts verstehen, dass ich mir so laut in die Hose geschissen habe. Oh nein, bitte nicht stopp. Bitte fall nicht zu tief. Bitte fahr auf zu fallen. Okay, alles gut. Oh bitte, hört auf mit dem ASMR, Chat. Ich mag das nicht. Ich mag kein ASMR. Boah, das tut mir in den Ohren weh. Das tut in den Ohren weh, Chat. Das tut weh in den Ohren. Man, man so, oh, feif. Nein, nein. Bitte nicht so tief. Nein. Rüdiger nicht so tief. Was ist? Brasil.com Lies bitte richtig. Ich bin frei. Ich bin frei. Und ich fühle mich in... Geboren. Satschen, Aini. Ja. Satschen, Aini. Ach so. Satschen, Aini und Aubergaini sind die Romeos und Julia unter den Obsten. Meiner war wieder dann gewesen, tatsächlich. Natürlich, ob es ist Schwulsein nicht was Nices. Mein er mal wieder. Eins, zwei, Haferbrei. Wer ist denn Antonia jetzt? Eins, zwei, Haferbrei. Antonia ist ein Dieb. Tschüss. Schaut mal, wo ich bin, Chat. Ganz am Anfang. Lustig. Oh ja, entspannt. Oh mein Gott. Jetzt schaffe ich es aber. 50 Euro. 50 Euro Campfeier, Junge. Oh mein Gott. 50 Euro Campfeier. Ja. Aber damit kommen wir jetzt auch voran, Chat. Schaut hin. Gut. Solltest du nicht nach oben? Aber das ist sehr, oh das ist gerade sehr entspannt mit dem Lagerfeuer, muss ich sagen. Kann ich jetzt mal gerade auslaufen, Alter? Stehe ich nur allein im Cage? Spiel ich allein Fußball, weil keiner Bock auf dich hat, weil ich so scheiße bin? Oh mein Gott, so sauer. Er ist lieber nur ein Stickmandarinen, du Arschloch. Oh mein Gott, so sauer. Bitte halt auf mit ASMR. Auch nicht, auch nicht mit ihm. Ich möchte kein ASMR. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte kein ASMR. Cross-Maus, Digga. Junge. Der Titel noch von dem Video. Oh nein, 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 nein. Ich habe so viele Schmerzen, nein, 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 nein Der König von Deutschland. Oh nein, nicht schon wieder ein Standardskill. Not again, man. Nicht wieder. Und dann kommen Random S nochmal 12 Euro für so ein Video. Wisst ihr, das sind so zwei Welten. Leute, die das einschicken und die Person davor die Standardskill eingeschickt hat. Das sind die zwei Welten, wirklich. Es ist scheiße, du Dreck so. Es ist scheiße, du Dreck so. Oh Gott, Junge, die ist super. Digger, die ist super. Oh mein Gott. Ist das eine Mücke? Ich trinke Wasser, laubarmes Wasser. Früher viel Kiffen. Perfekter Cut, Junge. Perfekter Cut, wirklich. Oh nein, schrecklich. Oh, ein grauen auf der Ton. Nervenberaubend. Schrecklich. Das tut weh in den Ohren. Junge. 30 Euro für Minecraft HD. Hashtag 1000 von Kronk. Aus Blöcken und Einsamkeit. Junge. Jetzt kommt der schwierigste Jump Chat. Kronk, gib mir die Power. Kronk, gib mir die Macht. Gib mir die Gaming-Kraft. Kronk, ich spür die Kraft von dir in mir. Ein kleiner Mann mit großen Träumen. Schade. Was ist das für eine Aufnahme? Drohnenaufnahme in Minecraft. Hab das Game schon dreimal geschafft. Freut mich, salty Brolove. Auf und auf. Oh ja, das ist so gut. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Uwe, Manfred, Essen kommen. Das ist so gut. Spaghetti-Tater. Leckere Nudeln. Für die ganze Familie. Okay, ja. Das ist banger, wirklich. Banger. Uwe. Oh mein Gott. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Musik really makes a difference. Ha, ha, ha. Iiiiihihi. Good one. Sie haben so viel Schmerzen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, jetzt hab ich noch mehr Schmerzen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mehr geht, Alter. Oh. 90. 100 Euro. Oh. 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 Ja, Chat, viele von euch wissen nicht, dass ich als Bestrafung am Anfang meiner Streaming-Karriere auf Twitch vor circa dreieinhalb Jahren mal das zehn Stunden lang mir anhören musste. Dementsprechend kein Problem für mich. Alle, die damals dabei waren, für die ist das Grundrauschen. Ich kann nicht mehr. Macht's weg. Oh mein Gott, meine Ohren. Oh mein Gott, es tat so weh. Es tat nicht weh. Es war Grundrauschen. War's das? Das war's. Das waren zwei Stunden zehn. Jump King und Sell Out. Bin ich weit gekommen? Ich würd sagen, 30% vom Game. Waren die Videos toll? Ja. Es kam durch das Ganze viel mehr Donus rein, als erwartet. Ich dachte, es kommen vielleicht so 20 Videos. Turns out, wir mussten es irgendwann ausschalten, weil zu viele Videos kamen. Und wir haben, glaub ich, jetzt 300 Videos ungefähr durchgeschallert. Das sind knapp 2000 Euro gewesen. Da war ich damit nicht gerechnet habe. Und man als Streamer sowieso genug Geld verdient. Werd ich das Geld, oder hab ich mich beschlossen, das Geld weiter zu spenden? Das ist der, denke ich, richtige Weg, damit umzugehen. Bei mir geht eigentlich alles, was ich spende, immer an Tierschutzorganisationen. Da weiß ich nämlich, wo mein Geld hingeht. Die kenne ich alle gut. Ich habe eine in Aschaffenburg, aus meiner Hometown. Und ich habe eine auf Madeira. Da wird auch keiner von euch was gegen haben, dass euer Geld da hingeht. Ich denke, das ist der best way to go. Und da werdet ihr es wahrscheinlich auf YouTube auch hochladen. Blende ich jetzt hier noch die Belege ein, damit alle sehen, dass das gemacht wurde. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hochladen. Und damit ich es auch nicht vergesse, als Erinnerung von mich selbst. Das ist, glaub ich, wichtig. So, tschüss YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr so was mehr sehen wollt. Wie gesagt, die Idee ist von Papa-Platte oder aus dem amerikanischen Raum. Fand ich sehr lustig. War mal was ganz anderes. Falls es euch gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Es war mir ein Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.